Jo, herzlich willkommen meine Freunde hier bei Swiss Master mit World of Warcraft und ich habe eine geile Idee gehabt und es hat funktioniert. Ja, denn meine Idee war, oder meine Herausforderung war, ich wollte nicht mein ganzes Eifer des Handwerks verbrauchen, dann bin ich hier hergegangen, wollte aber für meine Berufungen hier die beste Ausrüstung dazu haben, aber die kosten ja jedes Mal Eifer des Handwerks, oder? Jo, dann habe ich das einfach so gemacht, jetzt kann ich das nicht einfügen. Jo, so, schauen wir das mal an hier, Wildstoffverzauber. Ich bin ja drauf gegangen, habe geschaut, was brauche ich und habe einfach die Zutaten gekauft, alles reingetan, ausser mein Eifer des Handwerks, das habe ich nicht reingepackt, den wollt ihr für mich behalten. Habe 1000 Gold reingehauen, zack, und sie haben mir alles gebaut. Und ihren Eifer des Handwerks, verkauft für 1000 Gold. Jo, doch fair. Für mich cool, ich habe noch meine Eifer des Handwerks, weil sonst wäre der gleich weg gewesen. Genau, weil sind dadurch nur schon für den Hut 225 Eifer des Handwerks. Jo, habe ich alles reingesetzt, ohne Eifer der Handwerks. Alles wurde hergestellt. Wie geil ist das denn? Jo, ich hoffe, euch konnte der Tipp etwas bringen, weiterhelfen. Euer Swissmaster. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.